Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMA. Es ist eskaliert zwischen Isla Makhachev und einem Powerslap-Fighter, den wir alle auch schon aus irgendwelchen Videos im Vorfeld mal vor Jahren schon gesehen haben. Dort geht es um Vasily Komodzky. Dieser Mann ist ein russischer, ja, Ohrfeigen-Kandidat. Damals hat er bei anderen Organisationen das Ganze mitgemacht. Jetzt ist er bei Powerslap, auch bei UFC-Präsident Dana White unter Vertrag. Und Isla Makhachev hat ja schon vor längerer Zeit diese Organisation stark kritisiert und seine Meinung dazu geäußert. Daraufhin gab es Gegenwind und jetzt haben sich die beiden getroffen. Lasst hier gerne Like und Abo da, weil rund 70% von den Zuschauern den Kanal noch nicht abonniert haben. Supportet mich gerne, bleibt immer auf dem neuesten Stand und wir starten weiter durch in dieses Video. Isla Makhachev hat daraufhin natürlich als Powerslap angekündigt wurde, also oft dazu gefragt wurde, was er dann darüber denkt, sagt er, dass das einfach nur schädigende Turniere sind und die ganz klar gemieden werden sollen, dass sowas nicht gut für die Gesundheit ist und dass sowas auch gar nicht auf irgendeine Art und Weise gefördert werden soll. Also Isla Makhachev findet das hier total idiotisch und hat gar keine Sympathie oder halt auch irgendeinen Sportsgeist für solche Leute, die bei solchen Turnieren mitmachen und da natürlich ihr Geld verdienen. Damit frontet er auch ein bisschen UFC-Präsident Dana White, der das Ganze ja auf die Beine stellt und wenn ein UFC-Champion die andere Organisation des Bosses schlecht redet, glaube ich nicht, dass das so ankommt, wie er sich das vorstellt. Aber Isla Makhachev ist in der Position, er ist der Champion, er kann sagen, was er will und sagt auch offen seine Meinung. Feiere ich auf jeden Fall daraufhin. Hat aber der Powerslap-Fighter auch darauf reagiert und etwas dazu gesagt und sagt, dass er sich nicht irgendwie benachteiligt fühlt, wenn er Powerslap ausübt, wenn er da mitmacht. Er sieht das Ganze als ein Sport, der stetig wächst und findet nicht, dass es auf irgendeine Art und Weise großartig gefährlich ist oder sonst irgendwas. Er fühlt sich nicht beschämend, wenn er von einem anderen Typen geschlagen wird und hat sich noch nie irgendwie großartig schlecht gefühlt nach so einer Powerslap-Challenge, sage ich mal. Daraufhin haben sich Vasili und Isla Makhachev zufällig in einem Einkaufszentrum, einem Sports Mall in Moskau getroffen. Ja, die sind sich über den Weg gelaufen. Islam hat ihn konfrontiert mit seinen Kommentaren, dass er das Ganze nicht gut heißt. Daraufhin ist es tatsächlich sogar so hitzig geworden, heißt es laut den Informationen, dass Islam handgreiflich wurde. Daraufhin, bevor es aber komplett eskaliert, sind aber wohl Security Guards eingeschritten und beide wurden getrennt. Das sagt zumindest diese Seite hier. Wirklich höchst interessant. Schreibt mir auch mal dazu gerne in die Kommentare. Lasst dir auch mal ein Like und ein Abo da. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.